So, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Vorab, ich entschuldige mich, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich komme gerade von der Dreamhack und habe heute schon ein bisschen Runeterra gespielt, denn Runeterra ist jetzt da und jeder kann es spielen. Einfach auf playruneterra.com registrieren und loslegen. Die Open Beta ist am Start und hier, wie bereits angekündigt, das erste Guide-Video zu Runeterra, in welchem ich ein bisschen auf die Basics eingehen möchte, auf alles Mögliche, was euch vielleicht noch nicht ganz klar geworden ist im Tutorial. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Punkt, das Tutorial. Am Anfang von Legends of Runeterra werdet ihr direkt in ein Tutorial geworfen und dieses Tutorial ist sehr umfangreich und sehr, sehr gut. Es erklärt euch eigentlich alle Grundzüge, die ihr wissen müsst. Vieles wird aus dem Tutorial nicht unbedingt beim ersten Mal spielen direkt klar. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet und worauf ich jetzt nicht eingehen werde, ich werde hier auf alles komplett grundlegend eingehen, spielt das Tutorial, macht diese ganzen Prolog-Missionen hier alle einmal durch und dann habt ihr schon den größten Teil wirklich drin. Es wird super viel erklärt, die meisten Keywords werden erklärt, aber eben viele Sachen möchte ich nochmal separat ansprechen, weil die vielleicht noch nicht ganz klar geworden sind, wie die funktionieren und deswegen spielt das Tutorial und es wird sich lohnen. Es ist gut, wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt und das meiste wisst ihr danach schon. Kommen wir direkt zum ersten Teil des erweiterten Tutorials, also quasi das, was ich jetzt hier mache. Und zwar gibt es bei Zaubern drei Arten von Zaubern. Es gibt langsame Zauber, es gibt schnelle Zauber und es gibt sofort Zauber. Wir fangen an mit den langsamen Zaubern. Langsame Zauber können außerhalb von Kämpfen und anderen Zaubern gewirkt werden. Der Gegner kann reagieren. Wichtig hierbei ist, diese Zauber kann man wirklich nur spielen, wenn man gerade am Zug ist. Und wenn der Gegner schon seinen Angriff deklariert hat oder ihr euren Angriff deklariert könnt, können Zauber der Kategorie langsam nicht gespielt werden. Dann gibt es noch die schnellen Zauber. Schnelle Zauber können jederzeit gespielt werden, aber dein Gegner kann auf sie reagieren. Das bedeutet, wenn ihr im Kampf schon seid, euer Gegner greift an, ihr greift an, könnt ihr ihr schnelle Zauber immer noch spielen, aber euer Gegner kriegt eben die Gelegenheit darauf zu reagieren. Dann die dritte und letzte Art von Zaubern. Die, auf die euer Gegner nicht reagieren kann, sind Sofortzauber, denn Sofortzauber werden sofort ausgeführt. Erst wenn sie enden, kann der Gegner eine Aktion ausführen. Das bedeutet auch, man gibt die Priorität nicht ab, man ist gerade dran. Und spielt jetzt zum Beispiel Elixier des Metalls, also irgendeinen Sofortzauber kann man hier einfach einfügen, ist egal welchen. Dann wird dieser Effekt einfach sofort ausgeführt und euer Gegner ist dann nicht erst dran, sondern ihr behaltet die Priorität und könnt weiterhin erstmal spielen. Das wäre es auch schon zu den verschiedenen Arten von Zaubern, die es so gibt. Und ich denke, das sollte damit ein wenig klarer sein. Der nächste Punkt ist die Zaubereihenfolge. Ich hatte bei mir mal im Streamchat gefragt und dort kamen noch einige Punkte raus, die nicht ganz klar waren nach dem Tutorial. Hier haben wir ein gutes Beispiel für eine Zauberreihenfolge. Der untere Spieler wirkt diesen Zauber, der obere Spieler countert diesen, dann countert der untere Spieler diesen Counter, der obere Spieler countert wieder diesen Counter und der untere Spieler countert wieder diesen Counter. Und hier jetzt zum Beispiel würde dieser Counter diesen rausnehmen. Das bedeutet, der hier wird nicht gecountert. Er geht also durch, countert diesen Counter. Und das bedeutet, der Spell wird ultimativ gespielt. Die Counter laufen also immer, beziehungsweise die Zauber, werden also immer in der Reihenfolge von links nach rechts durchgeführt. Ähnlich wie beim Drucker Last-In-First-Out-Prinzip. So funktionieren Zauberreihenfolgen. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Angriffstoken. Hier steht es auch gerade, leuchtet deine Angriffsmarke, kannst du deinen Angriff beginnen? Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Kreatur habe, in Zug 1 kann ich sie sofort spielen. Ich habe den Angriffstoken. Mein Gegner kann jetzt reagieren. Er könnte jetzt auch eine Kreatur spielen. Er hat keine. Und da ich gerade der mit dem Angriffstoken bin, darf ich diese Runde angreifen. Kann er jetzt hier auf Angriff drücken. Passt alles. Er hat jetzt hier noch einen Zauber, kann meine Spinnen töten. Dadurch wird der Angriff natürlich negiert. Und in der nächsten Runde kann ich jetzt nicht angreifen. Das bedeutet, mein Gegner kriegt jetzt den Angriffstoken. Und er ist dran mit dem Angriff. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt eine Kreatur spiele, kann ich mit dieser nicht angreifen, sondern nur verteidigen. Und erst danach, wenn ich den Angriffstoken wieder habe, kann ich dann angreifen. Auch gefragt wurde ich zu den XP-Gains, die man so hat. Also wie viele Erfahrungspunkte man kriegen kann. Und diese sind tatsächlich limitiert pro Tag. Wir bekommen also für unseren ersten PvP-Sieg 400 Bonus-EP, für den zweiten 200 und für den dritten 100. Und danach kriegen wir noch normale XP. Auch diese sind allerdings limitiert. Siege Nummer 11 bis 15 an einem Tag geben 150 XP. Dann Siege Nummer 16 bis 20 noch 100. Siege Nummer 21 bis 30 noch 50. Und ab dem 31. Sieg erhalten wir keine XP mehr für PvP-Kämpfe. Dann können wir halt noch XP über PvP-Niederlagen holen. Und zwar geben Nummer 5 bis 10 an einem Tag 50 XP nochmal. Niederlage 11 plus gibt wieder 0 XP. Und auch die Kämpfe gegen die KI geben uns einige Erfahrungspunkte. Aber auch hier ab dem 21. keine mehr. So können wir uns also einen gewissen Satz an Erfahrungspunkten pro Tag verdienen. Und damit neue Karten freischalten. Beziehungsweise die Regionen leveln. Das mit den Regionen leveln wird nochmal ein komplettes separates Video, wie ihr am schnellsten an die ganzen Karten kommen könnt. Weil da gibt es auch den einen oder anderen Trick. Den verrate ich euch in einem anderen Video. Deswegen schon mal Abo auf YouTube da lassen. Eine Besonderheit noch bei den XP. Man kriegt noch für die Expedition sogenannte XP-Boosts. Und dabei heißt es, Expeditionen verleihen einen Schwung Bonus-EP zwischen 0 und 2000 je nach Anzahl der Siege. Sobald eine Prüfung abgeschlossen wurde, unverändert aber zur Information aufgeführt. Diese zusätzlichen XP am Ende einer Siegesserie unterliegen keiner EP-Reduzierung und werden immer vollständig verliehen. Man erhält also für die Expedition nochmal gesondert XP. Allerdings hat man nur einen Free Draft pro Woche. Und die anderen müsste man sich kaufen. Entweder für erspielte Punkte, also für erspielte Splitter. Oder halt für Echtgeld. Und diese treiben einfach nur den Progress halt im Endeffekt ein bisschen voran. Expeditionen sind eine sehr coole Sache an der Stelle erwähnt. Auch dazu folgt irgendwann nochmal ein genaueres Video mit Erklärungen, mit Guides dazu. Weil Expeditionen sind halt der etwas schwierigere Modus. Man muss sich halt mit einem sehr limitierten Pool von Karten ein Deck zusammenstellen. Und damit dann gegen andere, die dasselbe tun, versuchen zu bestehen. Und ich würde empfehlen, die Expeditionen erstmal nicht zu machen. Man kann diese Tokens ruhig erstmal sammeln. Und wenn ihr genug Ahnung von dem Spiel habt und vielleicht auch bereits meine Guide-Videos bis dahin gesehen habt oder andere Guide-Videos. Erst ab diesem Zeitpunkt solltet ihr vielleicht in die Expeditionen euch hineinwagen. Weil sonst wird es für euch eine schlechte Erfahrung und ihr habt vielleicht keine Lust drauf. Oder ihr könnt auch einfach eure Rewards nicht richtig ausnutzen. Deswegen wartet damit lieber noch, bis ihr genug Ahnung von dem Spiel habt. Und wie gesagt, die Videos dazu, die kommen auch noch. Hier nochmal ganz kurz der Hinweis unter dem Reiter Spielen. Im Hauptmenü könnt ihr hier die ganzen Einführungsmissionen spielen. Hier habt ihr die eben angesprochenen Expeditionen. Hier haben wir halt den Punkt gegen KI. Hier kann man mit seinem eigenen Deck gegen die KI spielen und üben. Oder auch die eben genannten XP abgreifen. Hier haben wir den Punkt gegen Spieler. Dort können wir mit unseren Decks gegen andere Spieler antreten. In der Rangliste, wo es dann auch um den Rank geht. Oder auch im Normal, um erstmal vielleicht das Deck zu testen. Und so sieht das Ganze im Menü halt quasi aus. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Erklärungen der Kartentypen. Auch da gab es nochmal ein paar Missverständnisse oder auch etwas speziellere Arten von Karten. Oben hier zum Beispiel, das hier ist ein Champion, zu erkennen an diesem goldenen Rand. Das sind so ziemlich die stärksten Karten in Legends of Runeterra. Und diese werden auch als Champions betitelt. Dann haben wir hier weiter unten, das ist zum Beispiel ein sogenannter Begleiter oder auch Follower. Hier sehen wir ja auch kein goldener Rand. Es gibt also den Begriff Champion und es gibt den Begriff Follower bzw. Begleiter. Dann gibt es noch den übergeordneten Begriff Verbündete. Oder hier in dem Fall Verbündeten. Dieser beinhaltet sowohl Begleiter als auch die Champions. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Fall Energischer Schüler entweder einen Begleiter oder einen Champion ausspielen, erhält der Energische Schüler plus eins plus eins für diese Runde. Wie vorhin bereits angesprochen, gibt es natürlich auch Zauber. Zauber hatten wir ja auch gerade noch. Zauber gibt es halt in verschiedenen Formen. Die verschiedenen Zauberformen mit sofort, langsam oder schnell haben wir auch gerade angesprochen. Zauber ist der nächste Kartentyp. Und dann haben wir noch die Besonderheit der Gruppen. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die nennt sich Rudelverhalten. Und hier ist auch wieder ein anderes Keyword drin. Gib einem Verbündeten und allen Verbündeten seiner Gruppe diese Runde plus drei plus drei und überwältigen. Eine Gruppe kann halt verschiedenes sein. Hier haben wir mal das Beispiel der Elite. Das hier oben ist eine Gruppe. Sowohl auf Followern gibt es Gruppen als auch auf Champions. Das sind zum Beispiel Elite. Dann haben wir noch zum Beispiel die Spinnen. Die heißen halt Spinne. Hier oben also sehen wir Gruppen. Und wenn ihr also seht auf Karten sowas wie zum Beispiel Gruppe, dann ist damit das hier oben gemeint. Also Spinne, Elite, Poros gibt es noch und so weiter und so weiter. Und eine letzte Erklärung noch, weil auch das sehr oft vorkam. Allerdings muss ich dafür ein komplett separates Video auch wieder machen. Ich weiß, ich habe jetzt schon drei Videos angekündigt, aber es kommen halt viele Videos hier auf dem YouTube-Kanal mit vielen Erklärungen. Und ein weiteres Keyword, was von vielen nicht verstanden wurde, ist Direktangriff. Hier steht jetzt zum Beispiel schlägt beim Angriff vor der Abwehr zu. Direktangriff bedeutet also, ich habe jetzt hier meinen Zett. Und wenn ich am Angreifen bin, ich bin jetzt gerade in der Angriffsposition, mein Zett will angreifen. Er hat in diesem Moment Direktangriff. Und das bedeutet, wenn er gegen eine Kreatur kämpft, die zum Beispiel weniger als drei HP hat oder genau drei HP, und Zett schlägt zuerst zu, dann stirbt die gegnerische Kreatur, bevor sie Zett Schaden zufügen kann. Wenn aber die gegnerische Kreatur zum Beispiel Zett hat drei Angriff, die gegnerische Kreatur hat vier Leben, auch dann schlägt Zett zuerst zu, aber die Kreatur würde mit einem HP überleben und kann dann zurückschlagen. Sollte die allerdings in der Verteidigung sein, zählt dieser Direktangriff nicht, dann schlägt Zett nicht vor der Verteidigung zu, weil er die Verteidigung ist in diesem Moment. Aber zu diesen ganzen Keywords, Direktangriff, Überwältigen, Bedrohlich und so weiter, folgt nochmal ein komplett separates Video. Und auch dafür könnt ihr natürlich gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wenn ihr auf Runeterra steht, seid ihr hier genau richtig. Ihr könnt auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeikommen, twitch.tv-syrus. Links alle unten in der Beschreibung drin. Und ich hoffe, dieses Video hat euch ein klein wenig geholfen, um nochmal Einsicht zu kriegen auf verschiedene Aspekte, die vielleicht im Tutorial nicht ganz klar geworden sind. Das nächste Video wird voraussichtlich dann das sein, wo ich alle Keywords erkläre. Und dann kommen wir zu den erweiterten Guides in naher Zukunft. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns auf Twitch oder beim nächsten YouTube-Video. Bis dahin. Ciao.